Mh, mh. Bereit? Ne. Ja. Eins. Welche Farbe hat Jim's Fell? Das war so ein Grün. Könnte auch blau sein. Frage zwei. Welche Farbe haben die Fischschwändler? Eindeutig Gelb. Frage drei. Welche Farbe findet sich außer Weiß noch in Fauchzell? Orange. Frage vier. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der rechten Schulter einer Patrouillen-Runiform des Rötzchen-Sicherheitsdienstes findet? Rott. Grün. Und unsere letzte Frage lautet, welche Farbe hat der Pfeil, die im Trickreich den Weg notschimpfen weiß? Blau. Vielleicht ist das Fell auch blau. Oh, wie traurig! Sie haben es vermesselt! Aber danke, dass Sie mitgespielt haben! Dann doch blau. Dann ist das Fell doch blau. Oder ich habe was anderes falsch gemacht. Ich versuch's nochmal. Ich meine, es ist schon so schwer genug. Wenn da jetzt irgendwie nochmal ein extra-Tag sein muss, dann, äh, finde ich das gar nicht lustig. Willkommen bei Whipmes lustigem Ratespiel. Schwarz-Weiß ist Eis. Mitmachen ist kinderleicht. Hören Sie sich einfach die jeweilige Frage an und wählen Sie dann mit Ihrem Farbzupfond die richtige Antwort aus. Bereit? Frage eins. Welche Farbe haben die Bodenfliege in Jim's Tüben? Also, wenn das die sein sollen, dann sind die orange oder rot. Frage drei. Welche Farbe findet sich außer weiß noch in Cliffs Fell? Das war so ein komisches Lila. Frage vier. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der linken Schulter einer Patrouillenuniform des Mördchen-Sicherheitsdienstes findet? Helb. Frage fünf. Welche Farbe haben die Blumentöpfe vor dem Gebäude von Whipmes? Oh, ist ja Lila. Und unsere letzte Frage lautet, welcher Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Whipmi weißt? Rot. Herzlichen Glückwunsch. Ah, morgens war richtig. Morgens war richtig. Sie haben gewonnen. Ihren super tollen Preis, geschniftet von der Firma Whipmi, erhalten Sie genau jetzt. was für den Preis? Siehst du den Preis irgendwo? da ist nichts Neues drin. Vielleicht ist er vor der Tür. Ah, da. Ein hüpfendes Paket. Nein, die kann ich ja jetzt davor zeigen. also. Und dann kriege ich den Hammer will ich haben. Der könnte schon anstrengendes Spiel. Und wir laufen von einem Ende wieder ans andere Ende. Der Weg rechts führt zu Whipmi. Ach was. So, hier. Seht ihr? Ich glaube, diese Whipmi-Sprungbohnen beweisen doch wohl, dass ich zahlender Kunde bin. Aber ja, doch, ja. Bitte nur zu mit dem Präsentomat. Er steht Ihnen zur freien Verfügung. Ich glaube, ich speichere mal nicht, dass das falsche rauskriege. Äh, Neu-Spielstand. Ach, die kann ich auch behalten. Und ich will den Hammer. ganz klar. Autsch. Sie mein Freund sind der glückliche Gewinner des Whipmi Ulti Hammers. Mit seiner extra gehärteten Trubenholz oberliche Zweifel los, das beste Pulvergerät der Welt. Ho, ho. Damit haue ich den Lugas aber jetzt eher. Da wäre ich noch mal. Na, ich bin jetzt zahlender Kunde, oder? Sieht's aus. Wir haben einen Gewinner. Sie nehmen diesen herrlichen Whack-Me-Megamagneten mit nach Hause. Mit seinem patentierten Anti-Rutschgriff, dem leicht zugänglichen An-Ausschalter und mehr Zugkraft als ein durchschnittlicher Landtagskandidat. Wunderbar. Ja, dann hole ich mir doch alles, was geht. Nur nicht so bescheiden. Da kann ich vielleicht das Dings mit flücken, diese Väter-Schote. Es geht weiter, es geht weiter. Ja, er will sogar, dass ich alles kriege. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, dann versuche ich erst mal den Magneten im Klo. Vielleicht ist es auch für den Nagel gut. Einfach mal auch nichts ausprobieren. Der Magnet und das Klo. Magnet. Klo. Davon läuft die Toilette auch nicht wieder. Okay. Dann vielleicht mal schön in der rumwöhnen mit dem Handschuh. Vielleicht sollte ich einfach mal reingreifen und nachsehen, was ich da unten finde. Was soll's? Was kann schon das Schlimmste sein, was so eine Toilette verstopft? Okay, dumme Frage. Vielleicht sollte ich einfach mal reingreifen und nachsehen, was ich da unten finde. Was soll's? Was kann schon das Schlimmste sein? Was soll's denn? Mach doch! Toilette verstopft. Okay, dumme Frage. Ich glaube nicht, dass mir das gefällt oder hilft. Okay, gab's hier auch eine Telefonnummer? Nee. Hm. Was hab ich noch? Die Springbohren? Meinst du die machen das frei? Tja, da scheinen die erst mal nicht weiter zu kommen. vielleicht kann ich ja den Magneten an dem Nagel, wo der Geier drauf sitzt benutzen. Tja, die Antwort ist Nein. Vielleicht schützt mich dann schon. Schlechte Idee, wird nicht klappen, vergiss es. Hm. Hm. Ich hole dir mal drunter. Schlechte Idee, wird nicht klappen, vergiss es. Vielleicht schützt du ihn im Moment wieder. Äh, macht. So, der schützt mich ja vielleicht. Die Fläscher vorschutet. Ein dünner Gummihandschuh würde mich vor diesen Daunern nicht schützt. Oh, das ist eine R. Ah, das ist eine R. Schau mal, hier ist doch total. Möchtest du das hier vielleicht? Ach, ich fühle mich geschmeichelt, süßer. Aber nein, danke. Das ist eine Rine. Ach, das sind keine R onto den Ero. Sei schützt mich jetzt. Das stand mit einem Arm. man hat ja mit der maus gesehen und dem dünger das ist alles ziemlich abstrus war hat er das dinge verschluckt und ich komme da irgendwie kann ihm das rausziehen weil es ja metall links war ja auch mit dem hau haufen guck mal eine schau es gibt mehr als einen weg einen hau haufen zu durchsuchen ja dann lass dich mal schön entbuttern entschuldigen sie mich kurz ich weiß gar nicht wie ich ihnen danken soll ich nehme die butter mit nehmen sie die ersten beiden stücke für jeden eins wir können es gar nicht erwarten reinzubeißen also er hat es dann wieder erwarten doch nicht gehabt und das hat schon mal was gebracht naja du kriegst dein popcorn schon noch irgendwann zum ersten mal kann ich den doch die butter geben oder und jetzt möchte ich euch mit den köstlichkeiten meiner kunst vertraut machen ja mach mal schöner Götterfunke hier bitte ein klumpen ganz frischer Teig lecker oh es war so ein wunderbares Gefühl mal wieder Teig zu machen meine Güte meine Güte ich bin ja so glücklich ich auch völlig und restlos glücklich fantastisch erstaunlich wunderbar glücklich was mach ich jetzt mit dem Teig wenn nur Reh hier wäre um sich mit uns zu freuen nachdem das war ja nicht lange gehalten achten dass hat ja nicht lange gehalten einmal in den Teig knetern was mach ich denn jetzt mit dem Teig Und Butter habe ich auch noch. Damit kann man was schmieren. Ja, das schmeck' o'mart. Ich hab' meinen eigenen mitgebracht. Hey! Niemand hat nix davon gesagt, dass Sie Ihr eigenes zerfluchtes Werkzeug mitbringen dürfen. Eben drum. Außerdem hilft Ihnen dieses sperrige Ding auch nicht weiter. Wie mein alter Papp schon immer gesagt hat. Fingerfertigkeit, du blöde, nichtsnutzige Quale! Und immer das richtige Werkzeug benutzen, das die Aufgabe erfordert. Außerdem stinkst du wie eine faule Muschel. Ein weiser alter Herr, mein Papp. Darauf wette ich. Also schlage ich vor, Sie nehmen das Ding jetzt runter, bevor ich... Na, na, na. Immer dran denken, wir sind hier in Wiedlingen. Bevor Sie sich Ihren armen, kleinen Rücken überdehnen. Oh, aber wenn Sie das Ding benutzen wollen, nur zu... Oh, Krusch, Krusch, hatten wir denn einen kleinen Unfall? Jetzt packen Sie das böse, böse Ding da lieber weg, bevor Sie sich noch wehtun. Toll. Auch nicht die Lösung. Ich muss vorher noch ins Gym. Wie werde ich da Mitglied? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Springbohm. Ich muss im Gym trainieren. Aber nur für Mitglieder. Ich werde nochmal fragen, wie ich Mitglied werden kann. Und ich gehe den ganzen Licht nochmal. Ich glaube es ja nicht. Vielleicht gibt es ja jetzt eine Antwort mehr wie mit dem Butler. Kann ich mir aus dem Teig... Ach Quatsch, Teig ist kein Anzug. Ich weiß es nicht, wie die Verstopfung loswerden soll. Da habe ich noch gar nicht drauf geklickt, auf das hier. Naja, da kann man auch nichts sehen. Wäre ja möglich gewesen. Hallo, Jim, alter Kumpel. Ihr müsst mich verwechseln. Ich bin weder alt noch ein Bergmann. Ihr Pumpotron ist also die beste Bodybuilding-Maschine im ganzen Trickreich? Nein, im ganzen Universum. Dürfen wir es denn mal ausprobieren? Natürlich nicht, du Spargewicht. Nur für Mitglieder. Prima. Wo können wir uns eintragen? Nirgendwo, du Zwergenbohm. Schade, was? Hohohoho. Puh, also wirklich. Allein schon das Gefühl, direkt neben jemand so Erstaunlichem zu stehen, hat mich völlig fertig gemacht. Ich lege mich jetzt besser ein wenig aufs Ohr. Ja, ja. Ich lege mich jetzt aufs Ohr.